Es soll so bleiben, wie es ist. Wer den CO2-Fußabdruck reduziert, hilft der Natur und dem eigenen Unternehmen, das dadurch klare Wettbewerbsvorteile erzielt. Ein Weg ist, Produktionsanlagen durch effizientere, zuverlässigere und somit energiesparendere Maschinen zu optimieren. So lassen sich höhere Automatisierungslevel erreichen, die den Energieverbrauch senken. Das zahlt sich aus. Für einen dezentralen Produktionsprozess kann die Motorensteuerung in die Produktionslinie integriert werden. Das spart zusätzlich Energie. Der hybride Motorman-Steckverbinder von TE Connectivity bietet mit einem Höchstmaß an Planungssicherheit und konkreten Kalkulationszeiten eine optimale Lösung. Sein kompaktes, rechteckiges Gehäuse vereint sowohl Stromzufuhr als auch Signalübertragung und Steuerung. So leisten eine Steckverbindung und ein Kabel, wofür sonst drei Steckverbindungen und drei Kabel benötigt werden. Zwei vierpolige Ethernet-Buchsen garantieren dabei höchste Datensicherheit, da das extrem robuste Gehäuse auch stärksten Belastungen standhält. Die um bis zu 50% kleinere Gehäusegröße eröffnet neue Spielräume in der Maschinenarchitektur. Gleiches gilt für die Kabel. Es können bis zu 50% des üblichen Bedarfs eingespart werden. Auch die Länge der Kabel kann um bis zu 70% reduziert werden. Das zeigt sich im Preis. So hebt der hybride Motorman-Steckverbinder dezentralisierte Produktionsprozesse auf das nächste Innovationslevel. Mit bewährter Qualität. Denn der Steckverbinder entspricht sowohl dem CAT5E als auch dem IP65-Standard. TE Connectivity ist Ihr Partner, um aktuelle und künftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in verschiedensten Technologiebereichen wie Luftfahrt, Industrie und Automobil. Wir erarbeiten für Sie innovative Lösungen, die passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Damit auch weiterhin alles so bleibt, wie es ist, zählt bei uns jede Verbindung. Für weitere Informationen www.te.com.